Ja, in der Hoffnung, dass der jetzt aufnimmt, wollte ich mal seit langem Schenken weitermachen für euch. Hab mir dafür extra, nur für euch, ein Gamepad geholt. Ganz uneigensinnig natürlich. Ähm, und hoffe, dass es damit besser geht. Ich hab mir die Kontrolldinger kurz durchgelesen, hab mir aber alles noch nicht ganz so viel gesagt, also werde ich jetzt drin probieren müssen. Ähm, also nicht wundern, wenn ich jetzt total verkacke. Weil ich grad momentan nur weiß, was X, Y, B und A für Funktionen haben. Wo ich Granaten mache, wo ich hochspringe und so, hab ich absolut mega keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich jetzt einen tollen Gumbel-Boss-Auto-Dings antreten darf und äh, da eigentlich nur meine Pistolen brauche. Weil halt mit den Granaten und so nicht so gut ist, äh, beziehungsweise nicht so gut funktioniert, zumindest hab ich nicht hingekriegt. Äh, beim letzten Mal. Ah, hier war nur mit Pistolen hier. Bum, bum, bum. Und nachdem der... Okay. Da spinne ich. Äh, warte doch, tschüss doch. Ich wollte doch erst mal rausgehen. Da sind die bösen Buben. Aha. Da ist Granate. Was ist das jetzt? Wahrscheinlich. Ihhh. Das ist jetzt ein bisschen Scheiße, was ich sehe. Äh, gut. Ah, es funktioniert hier. Das war jetzt ein bisschen nichts. Was ist das jetzt? Durch meine Heavy-Schüsse. Oh, jetzt bin ich auch was. Fuck. Ich freue mich nicht, dass ich mich nicht hinbekomme. Ja, dann kommt die runter. So, alleine springt der Flügel an. Oh. Ah, wenn sie mal reinkommt, dann ist das. Alter. Guck mal, wie das Auto aussieht. Was ist das? Ah, oh... Ja, f*** ich mich! Oh nein... Ich weiß gar nicht, aber das hat doch ein Trieboden nicht wahr. Normal, glaube ich. Obwohl, es gibt hier nicht einfach einen... Trieboden drin. Ja, f*** euch doch jetzt... Wie das drin der Anate? Das hier nochmal. Um, zu, zu f***. Ja, komm, 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 komm komm komm, komm komm, komm komm komm, komm komm komm. Wir sind schon einfacher als wir, oder? Aber ich hab einfach so mit Gamepad die Stadding wie lange nach oben, wenn du mal weißt, also ich hab schon einfach nach dem Film, ne? Ja, laut. Ich freu mich schon auf den Film. Wenn's denn eingeben sollte. An alle, äh, Filmemacher, Filmentwickler da draußen macht ein Schenk-Film. Ähm... Luading. Visit View Unlocks in the Pause-Menü to select your Unlocked Costumes. Ähm, be aware of what happens, the enemy is running to the fight and counter accordingly. Ja, wow, das interessiert mich in Kackdreck. Echel werden. Ja... Geht auch schon weiter... Ava! 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 Ey, Jât Munich, lor. Zeitsen, brav! Er wäre ja in der Öl ist ja wenn ich das... Was wird dein l produkt? Oh, 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 oh... dass das blut nur selten bleibt wenn man schon blutig dann sollte man das wenig konsequenter kann ich mir meine waffen wechseln der Äh, 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 jetzt, äh, ja. Das ganze Rot ist so fett. Zumindest habe ich ja jetzt so ein gutes, ähm. Ah, da wechsel ich das. Ah, das ist, das ist das ganz eindeutig chilliger als bei, auf der Tastatur. Gut, ich kann das jetzt noch mal. Wie springe ich? So. Ähm. Boom. 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 Am shuttleürkativas? So ist es so... Und dann weil der sosしく ist. Mem greatly. Was aussieht... Die Ratten... Die Wund... Okay, machen wir's immer. Oh, ich hasse diese Viecher, diese komischen Kackhunde. Okay, so greifen. Ja, chill mal. Was mach ich hier eigentlich? Was ist das Deckung oder was? Ja, das ist Deckung. Ich frag mich immer noch, was sie sowas zu tun, wenn wir von mir wollen und warum die nicht. Oh, damn. Was wir hier überhaupt alle machen in den Daten. Was weiß ich, was... Was wissen wir, oder verwirkt es eben? Das ist jedes Mal wieder schon ganz schief, wie wir hier sind. Was ist das? Das ist die Wunderschöne. Das ist die Wunderschöne. Das ist die Wunderschöne. Die neue Wunderschöne wäre ja echt nicht gefährlich. Die Wunderschöne wäre ja ganz gut. Ja, ist klar. 490 Todesarten im Scheck. Wir sind hier aber. Das hat nochmal... Spasschen, danke. Ja, das ist Spasschen. Verkackte Hund hier. Spiere. Das konnte man nochmal greifen, verdammt. Ach so. Ich bin trafi, wenn ja... Ich hab' auch schon, wie zum Schesen am Teil. Ich hab' auch schon, wie zumal sie groß finden. Aber im Halle ist ... Ich hab's mal geblischt, wie zumal sie geschaffen für mein... Man kann noch so kurz in den Schüsseln mit seiner Kack machen. Ey, was war's? Ich hab' auch schon ganz abandoniert daran. Also, ich hab' auch schon den Rund geblischt. Das ist so lange wie es der Todes. Ich bin schon da cool, ja, oder? Oh, fuck, come on. so ab ab so ja ab 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 ab